Willkommen hier auf Discovery Center. Das ist hier der Hotspot von der ganzen Messe hier auf der IPM. Hier zeigen wir, was sind die neuen Trends, was sind die neuen Entwicklungen, aber auch sehr viel Inspirationen. Was wir hier tun, ist, wir machen Kombinationen von verschiedenen Lieferanten, die hier überall auf der Messe stehen und zeigen, wie das aussehen kann auf ihrem Gartencenter, auf ihrem Geschäft. So, ich muss mal sagen, komm mal vorbei, weil hier ist es richtig interessant und inspirierend. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema hier auf IPM. Hier habe ich einen Lieferanten zum Beispiel, die Rose beliefert in recyceltes Folie. Wenn man ein Florist ist, nimmt er diese Folie, versammelt das und wenn man wieder neue Rose bekommt von diesem Lieferant, nimmt er dieses Plastik mit. Das verwendet er wieder in neue, recyceltes Folie und die nächste Lieferung hat man wieder so eine Verpackung. Damit hat man ein ganz geschlossenes zirkuläres System mit der Verpackung. Im Discovery Sensor zeigen wir auch die neuesten Techniken. Zum Beispiel hier, wir haben ganz besondere Beleuchtung, um die Produkte gut auszukommen zu lassen. Man kann es so abstellen, dass es eine schöne Lichtstärke gibt und entweder es nur in die Sonne scheint oder es regnet, das System ist so, dass es immer in die richtige Stärke abgestellt wird. So hat immer die schöne Präsentation. Ein anderes Vorteil, LED Beleuchtung in Kombination mit einem Tageslichtsensor des Partners 85% Energie und sogar CO2. Der Hausplan Mania ist ein sehr großer Trend. Jeder möchte gerne Pflanze zu Hause haben. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ich habe keine grüne Däume und das ist eigentlich auch, warum so ein Terrarium so ein großes Trend ist. Warum? Man macht damit so eine kleine eigene perfekte Welt. Und das Vorteil ist, man stellt den Kork drauf, man braucht nichts mehr zu tun, nur noch zu genießen von den Pflanzen. Und wenn man doch grüne Däume hat, dann macht man die selbst. Ja. Ja. Vielen Dank.